Musik Ich bin im Jupa, weil ich mitreden möchte. Ich möchte wissen, was in meiner Stadt so abgeht und sie aktiv mitgestalten. Im Jungen Parlament haben wir die Chance, wirklich etwas zu bewirken, anstatt immer die Erwachsenen für uns bestimmen zu lassen. Musik 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 Oberhausen ist eine Stadt, die schon seit Jahren die Interessen der Jugendlichen für die Politik entwecken möchte. Und deshalb bin ich hier im Jungen Parlament, um meine Gedanken und Meinungen über unsere heutige Politik äußern zu können. Musik Ich bin im Jungen Parlament, weil ich mich auch auf kommunaler Ebene für die Gleichheit aller Menschen einsetzen möchte. Musik Als Interessensvertreter von 17.000 Oberhausener Jugendlichen sehen wir uns in der besonderen Verantwortung, diese Interessen aktiv gegenüber der Stadtpolitik zu vertreten. Denn wir wollen Oberhausens Zukunft mitgestalten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020